Ja, ja, verschiedene Termine stehen nochmal an. Ja, natürlich, ja, den Schnee, ja, an die Seite bewegt, ja, auch den Gästen spiegeln kann ich. Alles klar, da sind Sie schon mal ein Kost drauf machen, ich setze mich jetzt auf das Auto, komm rüber, da haben Sie schon mal einen Gast, mir fällt da immer Raum drunter. Alles klar. Fabian Klante vom Schieferleih-Klante aus Winterberg, ich drücke die Daumen und nochmal ein gutes Geschäft, so die restlichen Tage. Ja, danke schön, da gibt es mich an, tschüss. Tell me something good ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musiker von der Sonschreiber, du musst ja wieder schauen, Frau Schreiber, Frau Designer, Frau Designer, es gibt alles nichts, was der nicht mag. Schauspiel habe ich vergessen. Gleich spielen wir mit. Styles. Äh, das ist ein Robstar, die man nicht verwickelt hat. Ja, wo? Wow, brühe, pink, rohe, orange, also es sei denn, der Schlag ist frei, die Trendfarben von Brau. Und die Trimaten, Polo, Ralflau, Rie, Dorotich, Schuhmacher, was war er, Klaus, Heiferschnitt von Brau, Mode auf über 80.000 Quadratmeter, Brau, EGP-Welt, Mode- und Sportcenter im Herzen von Mörs. Küchenrauf ist Vertrauenssache, das sagt sich so leicht, doch die Küche weiß, über 30.000 Kunden schenken, Küche dachte ich, jedes Jahr, ihr Vertrauen. Vertrauen dann ja auch sie, die Marktführer. Machen wir ihren persönlichen Beratungswunschtermin in einem unserer 16-Fachmärkte. Küchen aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen, seit immer 25 Jahren, Kreisführer, ganz ohne Motokreise und Schaltmarmatte. Küchen aktuell, der Küchenkauf ist wirklich Vertrauenssache. Heute ein Lotto-Jackpot und 23,09 Euro. 23 Millionen, ich stehe hier vor, du knackst den Jackpot, dass du damit alles machen könntest. Gib dir die Chance, spiel heute Lotto 66 bei Westlotto. In Deutschland sind die Ladebieter, Teilherrung ab 18, Jackpot Chance 1 zu 140 Millionen. Glück steht dann für die Liedbach, weitere Infos bei Westlotto. Die Preise gehen wohl noch auf, auf, auf. Puh, ich glaube ich muss selbst wieder runterkommen mit Comstar. Hier steigen nicht die Preise, nur das Datenbonuten. Jedes Rad, ohne allein, ganz ohne Auffass. Zum Beispiel bei der Comstar-O-Netzrad R, jetzt mit 18 Gigabauts über 22 Euro im Monat, auf Comstar-D. Zum Beispiel bei der Comstar-D. Nach Medienrecherchen gibt es bei den Ermittlungen Spuren zu Privatpersonen aus der Ukraine. Holger Schmitz, WDR aktuell. Konfrontiert mit den Recherchen von R, D, Hauptstadtstudio, R, B, W, S, D, R und der Zeit bestätigt die Bundesanwaltschaft am Vormittag wesentliche Ergebnisse der Recherche. Der Generalbundesanwalt habe Mitte Januar ein konkretes Schiff einer deutschen Charterfirma identifiziert, das bei dem Anschlag auf die Nordschule ein paar Einleiter beim Transport der Sprengsätze gespielt haben soll. Das Schiff bezahlt durch Suchformen. Mitarbeiter der Schraub dafür müssen sie nicht verrächtigt, in diesem Anschlag zu bezorgen. Der Generalbundesanwalt betont aber, dass die Ermittlungen zu Täter und Motiv noch anders waren. Keine Auskünfte kann er deshalb derzeit nicht gehen. Die Parteien im Landtag haben heute erneut ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. In einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Klinik und FDP heißt es. Nordrhein-Westfalen steht ein Jahr nach dem jährigen russischen Amtskrieg ist weiterhin an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung. Holger Otto, mit der Landespolitik welche kommen die Dinge? Nordrhein-Westfalen steht ein Jahr nach dem jährigen russischen Amtskrieg. Nordrhein-Westfalen steht ein Jahr nach dem jährigen russischen Amtskrieg. Kölner Kardinal Wolki muss im Rechtsstreit mit dem Axelspringer Verlag persönlich vor Birgit erscheinen. Der hat das Gericht Köln bekanntgegeben. Wolki wehrt sich in den Prozess gegen einen Bericht der Be Anton. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020